Die Tierrechtsorganisation PETA in den Niederlanden setzt sich dafür ein, Tierfiguren auf Kinderkarussellen zu verbieten, da es nicht mehr zeitgemäß sei, Tiere für Unterhaltungszwecke zu nutzen. Die Initiative wurde von ähnlichen Forderungen von PETA in den USA inspiriert. Dort schlugen die Tierschützer dem größten US-Hersteller vor, statt Tierfiguren andere Motive zu verwenden. Die Vergnügungsbranche reagierte negativ auf den Vorschlag. Auch der niederländische Tierschutz zeigte sich überrascht über die Forderung. Sprecher Nils Kalkmann sagte gegenüber, A.D. Wir mussten einen Blick auf den Kalender werfen, als wir von der Forderung hörten, Pferde aus Karussellen zu entfernen. Es ist tatsächlich erst Anfang Februar und nicht der 1. April.